Happy Weekend, Babe! Es ist Zeit für dein Tageshoroskop und heute habe ich Good News für dich, denn Pluto wird nach fünf Monaten wieder direktläufig. Und innerhalb dieser Zeit, wo Pluto rückläufig war, durften wir uns nochmals ganz intensiv mit ganz alten Themen beschäftigen. Mit Verletzungen, mit Wunden, mit Past Lives, mit den Thematiken, die noch Bearbeitung und Heilung finden wollten. Und jetzt, wo Pluto wieder direktläufig wird, ist es die Zeit, wo wir bewusst das Alte und unsere Schattenthematiken loslassen dürfen, um in die Transformation und Wandlung zu kommen. Und tauche da gerne heute in diese Thematiken rein, damit du sie morgen mit der Vollmondin im Widder oder in den nächsten Tagen darauf lösen kannst, verbrennen kannst und einfach loslassen kannst. Das sind die Thematiken. Am Abend wandert die Mondin dann bereits schon in den Widder, bereitet sich auf die Vollmondin morgen im Widder vor.